Episode 3 zu King Arthur Knight's Tales. Wir haben jetzt in dieser frühen, frühen Early Access der Version 003 die Kampagne jetzt schon durch, super knapp. Allerdings kam der Hinweis, dass es jetzt noch Nebenquests gibt, die wir machen können und wir haben dazu auch drei neue Gefährten noch dazu bekommen, die wir uns dann jetzt auch näher angucken werden. Was jetzt noch als wichtiger Hinweis dazu kam, ist was es mit der Vitality aus sich hat. Bei Sir Kay sehen wir, dass er nur noch 26 hat und der Hinweis war, dass die Gefährten sterben können. Wenn die Vitalität runter geht, dann können sie auch sterben und das Ganze können wir dann wohl im Hospiz bzw. im Krankenhaus hier in Camelot dann entsprechend wieder aufpäppeln lassen, unsere Gefährten aufpäppeln lassen. Und das checken wir jetzt aus. Wir haben jetzt Camelot ja befreit in der ersten Episode. Wir haben in der letzten Episode dann die Dörfler befreit und die sind jetzt unsere Diener in Camelot. So, und wir haben genug Ressourcen, um jetzt Camelot auch hier weiter auszubauen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. Wir haben einen Händler, wir haben eine Kathedrale, wir haben Übungsgelände, da haben wir das Hauspreis und hier eine Enchanted Tower. Gehen wir mal auf das Hauspreis. So, genau. Hier in der Thailand kostet uns 500 Gold und kostet uns 500 Ressourcen. 800 haben wir. Stellen wir her, da Sir Kay ziemlich auf das Zahnfleisch kriecht. Und der Hinweis, wir haben nur einen Slot aktuell verfügbar und der Held, der da entsprechend drin liegt, der kann halt auch nicht im Kampf eingesetzt werden. So, hier können wir weiter ausbauen, sodass dann auch die Effizienz erhöht wird, dass wir mehr Slots bekommen. Und wir werden jetzt mal hingehen und gucken, dass wir Sir Kay auswählen. Und hier sehen wir, 20% werden pro vervollständigter Mission geheilt. Und wir können aber auch Gold zahlen, dass er direkt geheilt wird. So, jetzt gucken wir mal, wie wir den Sir Kay da reinkriegen. Der Job geht nicht. Da einfach anklicken, dann taucht er hier auf. Da sind wir also 26 bei 20%, das heißt, wir werden hier um 4 geheilt. Das würde ein gutes Weilchen dauern. Hier könnte man dann entsprechend es auf eine Mission runterbrechen, zahlen dafür 700 Gold. Wir packen erstmal rein für 4 Missionen. Wir haben ja noch weitere Gefährten. Und gucken dann mal nach der einen Mission, ob wir trotzdem jetzt noch sagen könnten, ja wir wollen, dass er direkt geheilt wird nach einer Mission oder dass er vielleicht sogar sofort geheilt wird, weil wir schon eine Mission gemacht haben. Und ob das dann auch weniger kostet. Wäre auch ganz gut. So, wir gucken uns erstmal die anderen Sachen an, bevor wir uns dann die Helden angucken. Da waren die Kathedrale. Okay, also eine Kathedrale wird auch geheilt. Aber eben nicht nur für die Seele, sondern auch den Körper. Da bin ich mal gespannt, was es damit aus sich hat. Vielleicht heilt man hier einfach auch, kann man auch hier einfach HP heilen mitunter. Und vielleicht bekommen wir ja noch irgendwie eine religiöse Krise, wer weiß. So, hier haben wir einen Händler. Den könnten wir uns sogar leisten. Bevor wir das machen, gucken wir uns noch die anderen Gebäude an. Okay, also im verzaubernden Turm können wir unsere Helden von Flüchen befreien und verbotenes Wissen magischer Gegenstände erhalten. Okay. So, bevor wir uns die Training Grounds angucken, machen wir hier mal die Reconstruction. Und gucken, was es hier so gibt. Also zuallererst haben wir hier Runen. Das hatten wir noch nicht. Rüstungssigille. Alle 600 Gold da hier, ist ein bisschen günstiger. Aber man sieht ja auch, plus 42 HP, plus 7 Armor, minus 2. Was ist das? Ich glaube Bewegungsumfang. Okay. Trinkets. 2 Rüstung zurückgehalten, wenn wir Heiltränke trinken, plus 20 Gold. Fund, Bonus. Ein Rüstung zurückbekommen durch Kill. 10% Hex Intensity. Ich weiß nicht, was Hex Intensity sein soll. Also Kachelintensität. So, minus 25% Schaden durch Backstabs. Und plus 1 Rüstung, wenn der Heilt nur noch 0 HP hat. Die haben ja dann immer noch Vitality. Weil ich im Kampf noch nicht gesehen habe, was passiert, wenn die HP unten sind. Ob die dann überhaupt noch kämpfen können oder wie es da aussieht. So. Dann checkt man ganz kurz die Training Guards. Müssten wir auch entsprechend freischalten bzw. wieder aufbauen. Können wir jetzt nicht. Also gucken wir uns zuallererst mal die neuen Helden an. Sir Tegir. Also auch ganz normaler Strike. Er ist hier in Vanguard. Und sobald ich verstanden habe, sind die Vanguard's, machen mehr Schaden. Haben aber dafür halt weniger Rüstung bzw. vertragen einfach etwas weniger. So. Er kann sich verstecken. Das ist die neue Klasse, die sie im Februar-Update hinzugefügt hatten. Laut der Roadmap wollen sie jeden Monat dann ein großes Update bringen. Das sieht ganz gut aus. Letztes Update war Ende Februar, da kam der Vanguard dazu. Und hier hätten wir noch eine Bärenfalle. So Scouts. Entdeckt versteckte Objekte und Feinde. Okay. Und wir bekommen ein AP jeweils dazu. Eine AP für Bewegung zumindest. Dann kann er hier seine Agro quasi, die er zieht, verringern. Und hier hat er noch einen Konterangriff. Und hier am Meister der Fallen. Okay. Das dürfte auf jeden Fall eine sehr interessante Ergänzung zu unserer Truppe sein. Zusammen mit Lady Dindrain, die er jetzt als Bogenschützin uns hier ergänzt. Okay. Plus 25% HP von Rüstungen. Starker Wille. Entsprechend mentaler Widerstand. Dort Widerstand. Auch hier robust. Und hier Guard. So. Er kann hier eine spezielle Form des Overwatch entsprechend zünden. Gibt allen Verbündeten, die innerhalb sich von zwei Kacheln befinden. Plus eine Rüstung für jede zwei AP, die wir pro Turn für Guard eben aufwenden. Auch interessant. Sir Pelleas. Und Sir Evane. Ist das ein Magier? Ne. Dann haben wir noch einen Fernkämpfer. Eine Bewegungs-AP pro Turn. Dann den Aim-Shot. Macht hier mal ein bisschen mehr Schaden. Und konsumiert entsprechend die verbliebenen AP. Je mehr AP, umso mehr Schaden. Hier Ready. Das wird den Overwatch-Schaden erhöhen um 20%. Hier bekommt er ein AP, wenn er einen Gegner erledigt. Funktioniert nur innerhalb des Turns. Scout. Auch hier. Er kann auch entsprechend das Vanguard-Sortegier da entsprechend versteckte Objekte und Gegner aufdecken. Und plus eins Reichweite für jeden Skill aus, der aus der Deckung heraus verwendet wird. Okay, das klingt doch schon mal super. Dann skillen wir erstmal unsere Helden durch. Wir rüsten sie aus mit Runen und begeben uns da mal noch auf eine Nebenmission hier in der Episode. So, das Cowboy-Expert wäre interessant. Müsste ich dann aber auch immer bedenken, dass ich sie dann entsprechend bevorzugt in der Deckung bringe. Overwatch-Damage. Gerade mit dem Bogenschützen ist es auch nicht schlecht, wenn man, gerade wenn man vielleicht auch zwei hat, einen passiven zu haben, der tatsächlich immer wieder einfach nur Bereiche abdeckt. guckt, dass er Rückendeckung gibt quasi. Adrenaline. Ein AP ist halt, glaube ich, zu wenig. Ich glaube nicht, dass ich in einem Turn zwei Gegner kille. Das heißt, zwei AP sind zu wenig. Ihre Skills brauchen stellenweise vier AP, wenn ich das richtig gesehen hatte. So, aber das ist halt gut hier. Eine Bewegungs-AP pro Turn. Hat sie sogar schon aktiv. Hier würde sie zwei AP bekommen für den ersten Turn des Aufeinandertreffens. Minus zwei Schaden durch Range-Attacks. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich... Da ist die Frage, ne? So, der Dot ist halt auch sehr, sehr hilfreich. Und hier, verkrüppelter Schlag. Der Skill würde dann zusätzlich den Gegner noch ein AP pro Turn abziehen. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Mehr Schaden. Und, ja, Explosive Ball. Kann ich das? Da brauche ich Level 10. Okay. Okay, aber ich glaube, taktisch wäre Carbo-Expert sehr gut. Gerade auch, wenn ich einfach mal meine Range dann doch vielleicht erhöhen muss. Dann vielleicht tatsächlich dann auch sich irgendwo eine Deckung zu suchen. Und das reicht dann in der Regel vielleicht dann auch für um dann noch Schaden zu machen. So, Sir Balan. Haben wir seine zwei Pünktchen. Da extra Stun. Wobei es mich wundert, weil er einfach... Er hat noch nirgends einen Stun-Effekt an sich. Und ich sehe halt auch nicht, ist das ein Passiv-Skill oder ist das ein aktiver Skill. So, hier sehen wir zumindest Slow. Da könnten wir eben Strike auch in Slow verwandeln. Ich bin mir da unsicher, ob das, so wie es bisher verlief, tatsächlich sinnvoll ist. Bisher kann ich mich nicht erinnern, dass sich die Gegner von mir entfernt haben, bis vielleicht auf den Bogen schwitzen oder so. Aber in der Regel bleiben die an einem dran und kämpfen auch. Deswegen weiß ich nicht, ob das schon so sinnvoll ist. Allerdings Slow und Extra Stun wäre natürlich auch interessant. Bleeding wäre schön. Deswegen Extra Bleeding brauche ich hier erstmal nicht. Und hier 10% mehr Schaden. Das nehmen wir jetzt mal mit. Kann aber schön reinbrezeln. So, Sir Kay ist jetzt eh außer Gefecht. Da kümmere ich mich jetzt nicht um seine Skill-Punkte. Da wären wir jetzt noch bei Sir Morjid gucken. So, da brauchen wir Level 5, bevor wir den Schaden erhöhen können. 25% HP vom Armour-Type-Items. Ja, halt interessant zu wissen, was sind denn Armour-Type-Items. Betrifft das das Gear? Hier? Oder tatsächlich auch noch Items, die noch irgendwie verbrauchbar wären. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. So, Mental Resistance. Vitalität. Da wird er mal ein bisschen robuster. Ich gebe ihm mal das Leicht finden wir heraus, was da Phas ist. Vielleicht haben wir jetzt auch eine bessere Rune. Hier haben wir die Rune of Sharpness. Champion only. Er zählt nicht als Champion. Okay. Dann ist das auch nochmal so eine extra Rolle. Hier plus 2, plus 1. auch Champion only. Plus 2 Schaden im Duell. Passt. So, dafür sind wir nichts. Da wollen wir beim Händler nochmal gucken. Okay, da haben wir keine weiteren Verbesserungen. So, hier haben wir noch Armour. Ja, plus 1. So, ich wechsle das kurz nochmal aus. Das verdeckt es genauer. Interessant ist auch, hier steht plus 1. Wir bekommen aber 2. Nehme ich natürlich, bescherm ich da nicht. So, Potions muss man halt auch jedes Mal equippen. Da kann man sogar 2 Slotten. Was wäre denn das? Plus 50% Schaden für 1 Turn. Das geben wir hier. Lüstungstechnisch können wir nichts für sie tun. Checken wir beim Händler. Okay, dann gehen wir jetzt zum Händler und dann packen wir uns in die Nehmission. Ich muss mal kurz gucken, was sie eigentlich für eine Klasse darstellt. Ah, das ist cool. Du hattest gerade gesehen. Es wird hier rot. Also man sieht dann auch tatsächlich, können sie tragen oder eben nicht. Das ist gut. Bei ihr können wir nichts. Wir können bei ihr nichts wirklich machen. Okay, aber das passt erstmal so für mich. So, dann gehen wir bewegen wir uns in die Aktion. Fortigan Castle. So, da kann ich ja noch einen reinpacken. Nehmen wir Sir Balen. Passt eigentlich. Mordred. Dindrain. So, Sir Pelias oder Sir Tigia. Ich denke, Sir Pelias war der Schurke. Ich will den Schurken haben. Ne. Sieht das immer vom Helm aus finde ich mehr aus wie so ein wuchtiger Ritter. Raus mit dir. Reih mit dir. Wir sollen alle Briganten besiegen. Okay. Dann versuchen wir das. So, da sind wir angekommen. So, vielleicht mal erstmal die Formation anpassen. Ich hoffe, dass Lady Dindrain hinten hingepackt wird. Ne. Muss ich runter. Kann ich die vertauschen? Ne, kann ich. Also man sieht die Formation richtet sich da raus. Wir haben hier drei vorne einen hinten. Da muss man wohl drauf achten wenn man eben im Menü ist. Ich werde aber vorschlagen dass man das ändert dass man auch hier einfach die Reihenfolge tauschen kann weil es bringt mir natürlich nichts wenn ich eine Formation habe und ich im Vornherein es aus irgendwelchen Gründen schon verballert habe. Es macht ja auch keinen Sinn dass man vorher schon dran denken muss. Dann machen wir es so dann machen wir hier so eine Viereraufteilung. So, Delly. Was haben wir denn? So einen Bogen schützen hier wohnt sich Lady Dindrain das ist so angenehm einfach. So, switchen wir nochmal kurz durch. Genau. Also, was machen wir hier? So, alle erst mal setzen wir sie hier. Wenn ich den Kollegen treffen dann machen wir das. Wobei ich habe sogar eine AP mehr. Was ich machen will ist das TG geht hier hin. Nicht eine Bärenfalle. Aha, okay. Ich muss das kann ich nochmal wenn ich daneben stehe. Okay. Ich würde es zur TGE in den Kampf nach vorne schicken. Er soll aber hier eine Bärenfalle legen um Lady Dindrain zu schützen. Und sicherheitshalber gehe ich auch hier noch auf den Banditen beziehungsweise Oh, was brauche ich? Wie viel? Drei AP Okay, es passt. So, sie hat noch eine AP Da ist die Bärenfalle Könnte ich durchschießen? Ah, vorbei kann ich zumindest schießen. Okay. So, wir packen hier Brand dort drauf und zwar Oh, auf den Kollegen Den Bogenschützen holen wir uns dann eine AP hier. So, ein Movement hätte sie noch. So, Sam Mordred Also ganz vorkommen noch nicht zum Scout Ich schreibe mich gerade ob es Sinn macht uns den Bogenschützen auszusetzen aber ich bezweifle dass er auf Mordred schießt Selbst wenn wäre das wahrscheinlich sogar mitunter die beste Wahl So, Movement bei denen Ist recht weit Angriff wäre hier schon für die möglich Macht nix Machen wir Ja, wir machen das hier bei den Overwatch So, und Sir Balan Ich vermute fast dass der in die Richtung gehen wird Deswegen Macht nix Wir gehen über außen Und reservieren Man kann auch direkt Also es werden auch alle AP reserviert laut Tooltip im Ladebildschirm wenn man noch AP übrig hat und einfach den Turn beendet Jetzt werde ich irgendwann mal testen ob das auch wirklich so ist Ich meine das ist noch Version 003 Wenn man sich drauf verlässt und verliert dann ständig Unmengen an AP deswegen Das wäre natürlich unschön Das sieht sehr gut aus Das war ein Gelegenheitsangriff Das habe ich jetzt kaufgenommen So, der blutet noch Ich werde es auch nicht weiter vorgehen weil es den Bogenschützen wahrscheinlich dazu verleitet wegzugehen So, die bewege ich jetzt wieder in Deckung Kollege Oh, Post Und eine Truhe Plündern So, Essay und Rune Ich nehme an dass wir die Equipment Verwaltung am Lager machen können an so einem Rastplatz Ich habe mir in der letzten Episode leider hatte ich zu schnell auf die HP Generation geklickt So So Das ist aber Agro-Kollege Ah, das sieht schlecht aus wie euch Desertierter Bandit Eins, zwei, drei Wir sind alle gleich So Wir nutzen jetzt mal Overwatch Wenn wir sie schon haben So So Ich lasse sie kommen Reichweite her Also wenn ich das richtig lese Können sie sich zwar bis hinter uns sogar bewegen Aber sie könnten dann nicht mehr angreifen weil sie nicht mehr genug AP haben Wir hätten dann nur noch zwei AP übrig Wenn sie in dem Bereich ankommen Dann brauchen wohl drei AP für den Angriff Ich will das mal testen Ob das so ist und setze die tatsächlich mal hier passiv auf Overwatch Auch Sir Balen Ich guck mal dass ich ihn besser zu Lady Dingern platziere So Hat irgendwer noch AP übrig Nee eigentlich nicht Durch Okay Guck mal einer an Da ist noch Verstärkung Wunderbar Overwatch hat sich hier schon rentiert Uh Das Damit habe ich nicht gerechnet Sehr schön Sehr sehr schön So Was machen wir mit dem Highwayman Der Nummer 4 wird hier vermutlich verbluten Was macht den Drain Auch 3 Macht auch den Drain So Wieviel brauchen wir hier 2 2 Angriffe damit Ja Wauw Ich will noch mal Vulnerability noch mal checken Das Genauso Man sieht hier nochmal Also Irgendwie gibt es so einen Bruch Vielleicht ist es auch Vielleicht hat Vulnerability einen negativen Einfluss auf die Rüstung des Gegners Es wird halt nicht Ich habe nirgends eine Definition für gewonnen So aber die müssen wir auf jeden Fall umballern So was machen wir mit euch Gucken wir jetzt erstmal die weg dann müssen sie sich annähern Ja So da sieht man kann ich nicht schießen Befreundetes Ziel dazwischen Na gut dann Krieg der ja schon mal your orders So schön wenn ein Plan aufgeben. Wie viel sind das? Weiters mehr als gedacht, ne? Ist gut, dann wird es aber mal ein bisschen schwieriger. So ist der Mord jetzt. Okay, das muss ich bedenken. Schade. Müsse ich eines näher. So da ist Deckung dazwischen. Welchen Einfluss hat das? Egal den Hohmanns. Verringert vielleicht die Trefferchance oder aber eben den Schaden. Das ist noch unklar. Für den Lord Almighty. At your service, mein Lord. Ja! Oh! Böse, böse. Ja, da fehlt mir jetzt halt Sir Kay's Cleaving. Er ist der einzige der eine AOE hat. Weil der Bandit hier, der macht mir jetzt schon Sorgen wegen ihr. Das heißt, ich müsste es hier TG auf ihn schicken. Dann kann ich auch ihn erledigen. Ja! 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 Nein! Ja! Ich stehe da noch im Weg. Das bringt es also nichts. Das ist mein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. So, okay. Unser Ziel ist ja immer noch das Banditencamp. Es muss wohl irgendeinen versteckten Pfad geben. So, ich schneide das bis zum nächsten Encounter. Beziehungsweise hier habe ich was gefunden. Das ist eine Art Schreien, glaube ich. Ja. Okay. Wir spüren, dass wir einen Fluch empfangen würden, wenn wir das aktivieren. Vielleicht finde ich auch einen Rastplatz, wäre natürlich auch gut. Ah, hier sieht man... Das haben wir bisher auch noch nicht so oft, dass wir jetzt irgendwelche interagierbaren Objekte haben. Dann schneidet man nicht. Ich glaube, es ist vielleicht interessanter, wenn ihr tatsächlich auch mehr von dem Gameplay hier seht. Auch sehr geil, wie hier die Blätter aufwirbeln. Ist ja die studio-eigene Engine, die sie hier verwenden. Ich glaube, Core Engine heißt sie, glaube ich. So, hier kann man uns jetzt ausruhen. Ah, okay. Das stellt die ganze Rüstung, also 50% der Rüstung wieder her. Das werden wir auch machen. Zum Heilen haben wir Potions. Und die beiden hier, beziehungsweise die drei, können das, glaube ich, ganz gut gebaut. Das sieht doch gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Plus Ritter mit Wildschweinschild. All right. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das sieht mir nach einem längeren Kampf aus. Bedeutet, das geben wir uns in der nächsten Episode. Die startet direkt mit diesem Kampf. Und dann checken wir danach noch aus, was wir gegebenenfalls noch bauen können. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich bin extrem heiß auf das Spiel. Ich hoffe, dass Sie die monatlichen Updates einhalten können. Denn das hier macht gut, gut Laune. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.